Hier ist noch etwas Neues und zwar Frachtenergie Sektor. Bring die Feindliche Fracht zu deiner Basis, verteidige deine Fracht gegen deinen Feind. Wer am Ende die meiste Fracht hat, gewinnt. Ja, das ist auch gerade um uns zu spielen. Protostellen DLC bis zum 25. Dezember. Kann man das spielen und jetzt gehen wir mal rein und gucken mal, wie es denn hier so abgeht oder auch nicht. Ich bin mal gespannt. So, die Zeit läuft noch ein bisschen hier. Blaster, händisch. Was nehme ich denn hier? Was nehme ich denn hier? Was nehme ich denn hier? Kurz mal eben noch ausrüsten, wäre ganz gut. Warte mal. Na, nehme ich die hier. Na, nehme ich die hier. Genau, zweite Hand nehme ich. Hunde, die Fracht. Vorher hören sie schon mal rum da unten. Oh, ist ja in der Fenster. Ja, alles ist das erste Mal, was ich mache, was ich in den Spielen etc. Boah, das ist ja in den Drunnen. He, ui, 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 ui. Ist mein Teammate, okay. Die Fracht ist dem Imperium in die Hände gefallen. Die Fracht ist dem Imperium in die Hände gefallen. Gibt's nicht. Oh. Boah. Ah, jetzt sehe ich da nichts. Boah. Shitty fuck. Hmm. Ist das nur eine Merz und mehrere? Der Freund hat die Frachtkiste. Okay, also müssen sie deren Frachtkiste holen, als sie uns bringen oder was? Wird man ein Todescher. Ja, aber das ist schon. So, Teammal-Bommel ist immer schick. Ah, ich kann das schon mal. Aber Teammal-Inploder hat's dringend. Die Trupp-Truppen haben eine Frachtkiste. Nein. Oh. Aua. Die Musik muss man eigentlich auch stellen. Dann habe ich auch Copyright-freies Krams, aber insofern fühle ich mich nicht. Oh, meine Musik ist so langweilig. Deswegen spiele ich jetzt so und dann ist er Copyrighted. Kartensteuerung? Unsere Fracht ist wieder in der Basis. Die Blumen ist in der Stadt gehört hier. So, hast du gerade angemacht. Was weiß ich was? Aha, aha. Verteidigen. Verteidigen, okay. Da holen, da verteidigen. Alles klar. Wie sieht's aus, wo sieht's aus. Geht er noch. Hmhm. Oh. Alles okay, alles okay. Der Feind hat die Frachtkiste erbeutet. Was? Wir haben die Fracht zurückgebracht. Okay. Oh. Na, jetzt muss ich das gekriegt. Wiederbeleben nimmst du ja nicht. Wenn du vom Laser verdrungen wurdest, ist es Feierabend. So sieht's auch aus. Oh. 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 Nein. Unfall die Geschützregels. Oh. Nochmal einfall die Geschützregel. Gut gemacht. Hä? In Richtung? Scheiße. Oh. Todesstern. Oh. 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 Scheiße. 5-5 wieder. Okay. Ausgelegen gerade. Ich fang wieder ein Thermal-Angebungsbombe. Okay. Oh. Da kann man ja gar nicht lang. Upsi. Upsi. Okay. Scheiße. Oh. Das ist aber jetzt nichts böses. Oh. Ja. Das ist aber jetzt nichts böses gemeintes zu tun. Oh. Tango, ich bin für falsch in die Gegner, oder? Weitere ist nicht. He, he, he. Tür auf. Boah, haben wir das nicht. Oh, der geschossen hat. Und wer ist er denn? 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 Boah, hab ich von Erlangeflogen Nahkampf? Ok, ist er denn für'n Freak Oh, Tuffel Boah Boah Nein Diese scheiß Drohne Boah, da war das eben wieder auf Ui, 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 Ui Ui, 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 Ui Hab ich ihn erwischt eben? Ja, ne Ja, wir haben ihn erwischt, ja Ja Ein Schwein gehabt hier, nur ein 1 AP hab ich noch, 1 AP Ein Fliegel landet auf mir im Tor Oh Gott, ich bin gefacht Boah Ui, die Fracht Was? Jetzt weiß er nach, oder? Aber jetzt geht die Tür dazu, wo ich Ganade geschmissen habe, ist klar Nein So, hallo Boah Ach, hier hab ich einen Schwein gehabt da Guck mal, AP Wir haben die Fracht, verteidigt sie um jeden Preis Ja, mein T-Mail ist das sogar Guck mal Imperiale Truppen haben die Fracht geboren Quatsch Boah, halt doch uns Schieß sie, schieß sie Juhu Ich kann nicht meinen Partner nicht starten, das ist unfair Das ist ja unfair Doch, doch Wir haben die Fracht gebaut Ja, Mann Ja, Mann Gut gemacht Vielmal durch Boah, was ist das denn? Boah, es gibt ja Ui, ui, ui Ja, ein paar ist das gekriegt, okay Hat sich grad nicht so viel gerissen 16 zu 12 Naja, ich bin noch zufrieden Noch bin ich zufrieden Oh Einer der Fracht haben schon wieder verloren Gute Arbeit, unsere Fracht ist in Sicherheit Hä, okay Wer hat das denn jetzt gemacht? Schieß hier Hat sich da einer im Wrack versteckt, ey Kämpfer Ah Wuh, 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 was? 4p noch? Nicht gut Wuh, wuh, wuh Impriale Fracht ist verloren Masch Amt Die Fracht ist in der Hand der Stürmergruppen. Was? Moment. Ja, erwischt. Beide. Unsere Fracht ist zu sich. Ja, wir wollen die Runde. Ja. Ich weiß gar nicht, ob es eine Runde ist, mehr Runden, ich weiß nicht, ob es Wechsel oder noch eine neue mitkommt. Ich habe keine Ahnung, ich will jetzt mal kurz abwarten. Mal schauen. Ja, Leute. Okay, okay, okay. Oh, ich guck mal, was zu sagen, Monospunkte. Okay, natürlich alles ein bisschen schneller mit dem Level. Kills, 18, ist ja ganz okay, würde ich sagen. So, da geht's noch weiter. Ich mache jetzt auch weiter, ne? Gehe von aus, machen wir weiter. Aus dem Vergleich und ich will da auch.